So Leute, heute dekorieren wir die Mannschaft. Und ihr kommt mit. Not macht erfinderisch. Ich muss sie jetzt hier auf den Tisch. Auf die Backpläne stellen. Ein bisschen zu klein, so gefällt mir das nicht. Ich stelle mir jetzt den Raum. Okay? Okay, pass auf. So. Das ist ein Feldschle. Ich hoffe, das passt. Das passt nicht. Doch, das passt. Ist ganz genau? Nicht so, aber es ist auch genau. Ich hoffe, dass es nicht runterfällt. So. Jetzt mache ich gerade erstmal hier ein bisschen Dauer. So. Und wann gehen wir rein? Auf geht's. Yay! Meine kleine Ölchen hier. Meine Hörner. Ich habe meine Hörner abgerissen. So. Als erstes machen wir jetzt mal hier die. Das ist halt weggetrunken. Das ist mein Hingster. Rott. Wie läuft das jetzt hoch? Aus dem Äckchen haben wir den. Äckchen. Und ich vermute meine Nägel. Die sehen ganz furchtbar aus. Ich muss die alle neu machen. So. 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 Normalerweise benutzt du deine Schere. So. So. Normalerweise benutzt du deine Schere. Bisschen zurück. Bisschen zurück. Bisschen zurück. Bisschen zurück. Bisschen zurück. Krabbel mal auf den Stuhl. Tada. Bisschen zurück. Ich hab verrockt. Schick. Bisschen. 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 Ich versuche jetzt mal hier dran zu machen. Ich weiß nicht ob man so macht. Wass mal so. So. Oh oh. So. Ja sieht gut aus. Ja ist mal so. jetzt sieht es so so nicht das schönste aber es reicht für jetzt als erstes schneit dann habe ich von der fester schaue von ganz vorne vom auto ein schneeball gemacht vom boden weg aufgemacht auf tramp gestammt immer mal ein foto drauf gemacht und dann habe ich heute schon schneeball geschmissen dann geht es noch live wir sind hier auch live auf tik tok also fragt sich ich bin auch ein baum ich bin auch ein baum so dann haben wir auch nicht doch wir haben hier geholt ja auch aus dem option aber letztes jahr ich bin damit trainieren die das ist schön das ist schwierig das zusammen zu kriegen das kann jedes mal ein bisschen das ist ja oma oh schön guckt ihr mal wir machen das jetzt hier auch wir gehen jetzt live auf tik tok guck mal in diese kleine 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 wieso macht das denn so komisch ich will nicht dass er so macht nein das ist das ist ja für den effekt so flackern ja das sieht voll schön aus auf tik tok ja manche gebrauchen das und das sieht voll schön aus so gut einer einer kopf schon ja 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 ich habe nur zwei hände ok ich habe nur zwei hände ok ja ja ich habe ganz viel noch ja 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 eurem Dann muss ich den immer wieder reinlassen. Gibt es die da drinne, Schatz? Oder willst du ein anderes haben? Geht. Gibt es schon gerne, Alexa. Naja, das geht nicht. Ich glaube, der ist abgemacht. Naja, das kann sein. Ach, die Zwischenflocken hingegen. Hä? Ja, da und die andere. Hier. Ui, sieht man nicht mehr. Und hier. Ist das? Okay. Und hier. Und hier. Fert. Vier schwimmen. Vier auf. Willst du nicht helfen? Oh doch. Musst du die wieder rein, Schatz? Ein bisschen zusammendrücken, ne? Ja. So. Oh, das ist schon fertig. Hm? Hm? Ist schon fertig. Ja, wir müssen das Lied noch fertig machen. Ja, vielleicht. Dann ist die Lied noch so gut. Nö, ich mach ja nur den Baum nicht fertig. Oh nein. Oh nein. One is down. Pfff. No two is down. Warte, nicht rein treten. Oh, das ist viel ausgeprägt. Nice. Das ist viel ausgeprägt. Oh. Pfff. Pfff. Das ist was du bekommst, wenn du ein Glasballer hast. Was? Oh. I don't want my full Christmas. All I want is you. Wie ist denn? Ja, ja. Oh oh. Da ist nur einer weg. Ist es? in deriderspanne aus拍е Piep tx. Piep tx. Piep tx. Piep tx. Piep tx. Piep tx. Hier, eh, das ist auch klinisch. Hier. Äh. There is no water. Willst du mir nicht helfen? Oh, doch Warum? Musst du die Wiler zusammen anschaffen? Ha ha ha. ein bisschen zusammendrücken wir sind fertig ich zeige ich den jetzt mal ein bisschen zurück ich finde es uns ganz gut gelungen her schatz der ist das schön für leute guck mal wie schöner geworden ist aber das hier muss ich jetzt alles wieder aufrollen guckt euch das man kaos 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 und zwei sind zu bekommen naja ist nicht schlimm